Ja, das stimmt. Das ist quasi sowas wie mein Alleinstellungsmerkmal, um mich auch von anderen professionellen Künstlern abzuheben. Und das ist auch ein Stück weit mein Alleinstellungsmerkmal, das mich von anderen professionellen Künstlern abhebt. Mein Alleinstellungsmerkmal, mit dem ich mich von anderen professionellen Künstlern abhebe. Ein Alleinstellungsmerkmal, das mich auch von anderen Künstlern unterscheidet. Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein verkannte Genie gibt. Also ich meine, kennen Sie eins? Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur bekannte Künstler und dieses verkannte Genie halte ich, ich halte es eher für so einen Marketing-Gag. Der ist nicht schlecht. Es ist natürlich so, dass jeder von uns ein klares, wiedererkennbares Profil braucht. Und da gibt es dann sowas wie das verkannte Genie oder der sensible, spirituelle oder natürlich auch sehr beliebt, der totale, exzentrische, leicht durchgedrehte Künstler wie jetzt zum Beispiel Schlingensief oder... ...mesel. In ganz viele. Deswegen trete ich auch als mein eigenes Künstlerkollektiv X plus N auf. Als Maximilian Strander bin ich Maler, als Lino Schaumberg und Lucida de la Montagne trete ich dann auch als Medienkünstler und Schriftkünstlerin auf und so weiter. Jeder dieser eigenen Personen hat natürlich seine eigene Identität, sein ganz eigenes, wiedererkennbares Oeuvre. Und mir gibt es natürlich dadurch die Möglichkeit, total frei zu sein. Also ich muss mich eben nicht festlegen, ich bin nicht gefangen. Frei und auch unabhängig bin ich gefangen in meinem Stil oder in den Dogmen meiner Epoche. Nicht auf eine bestimmte Rolle oder ein Medium festgelegt. Die Themen. Die Themen, ja. Die Themen. Momentan interessiert mich die Krise... ...zwischen Identität und Identitätsdiffusion. Na ja, unsere Identität hängt von vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen Faktoren ab. Wer wären wir gerne? Welche Glaubenssätze haben uns unsere Eltern eingetrichtert? Wenn ich mich in einer Galerie bewerbe, muss ich möglichst Erfolg ausstrahlen. Das Finanzamt nimmt mich in einer anderen Identität wahr als die Besucher meiner Ausstellungen. Jeder Mensch hat ein ganz konkretes Bild von mir aus seiner subjektiven Wahrnehmung. Und ich habe natürlich auch ein ganz konkretes Bild von mir selber. Und ich konfrontiere eben diesen Blick von außen mit meinen Selbstporträts. Und darum geht es gerade in meiner Arbeit. Das kann man sich so vorstellen. Also ich habe da eine ganz konkrete Idee, die ich verfolge. Und zwar habe ich mehrere Firmen angeschrieben, die sich genau damit beschäftigen. Also mit diesem Bild meiner Person von außen. Also wie zum Beispiel Amazon, Schufa, Facebook. Deren Aufgabe es ja ist, möglichst viele Daten über mich zu sammeln. Die sehen mich natürlich auch nur als in einer bestimmten Rolle. Nämlich die des Konsumenten. Und dieses Bild konfrontiere ich mit meinen Selbstporträts. So habe ich einmal den Blick von außen und den ganz anderen Blick, den von innen auf mich. Otsch. 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 Otsch.